Hallo liebe YouTube-Gemeinde, ich bin euer Zocki, das ist Bobo, wir heißen euch willkommen bei ARK Survival de Wolf. Juhu! So, was machen wir? Ich habe keine Ahnung, okay? Es gibt zwar ein Video, da habe ich Bobo gezähmt und alles, ein bisschen lieb gehabt, ein bisschen gestreichelt. Wow, warum bin ich jetzt so flott unterwegs auf einmal? Ja, konnte ich aber leider nicht hochladen. Tut mir leid, was ist das? Was ist denn das? Moment, ist das im Wasser oder ist es auf der anderen Seite? Bobo? Das ist nicht im Wasser, oder? Kannst du schwimmen? Ja, er kann schwimmen, super. Das ist übrigens eine wasserdichte Fackel, okay? Muss ich dazu sagen. Die leuchtet auch unter Wasser, also die brennt auch noch unter Wasser, siehst du? Das ist eine ganz besondere Fackel. Oh no! Oh no! Da war ein Fisch! Ich mag keine Fische! Hey, wo ist mein Ding? Bobo, wir gehen da jetzt hin und holen uns das. Oh fuck, warte, da ist so ein komisches Vieh. Ich sehe nichts. Oh Gott. Ich hoffe, ich kann das killen. Du bist nur Level 3! Bobo! Bobo! Töte es! Das hätte mich beinahe gekillt, aber so richtig. Oh, warte, das war falsch. Ich bin jetzt kurz Seven Days to Die Steuerung drin. Habe ich Fleisch? Natürlich. Geht's dir gut? Du levelst auch fast, ne? Läuft auch. Oh Gott! Da unten ist. Wir holen uns das jetzt. Nein, da ist ein Hai! Jetzt ruckelt's ein bisschen. Es tut mir leid. Wir können uns das nicht holen, Bobo. Da unten ist ein großer, böser Hai. Also ich gehe da bestimmt nicht runter. Ich tauche da jetzt nicht runter. Es tut mir leid, super. Was kann ich dafür? Ist nicht meine Schuld, okay? Ich habe keine Chance gegen diesen Hai. Ja, ich darf es nicht mal versuchen. Es wäre blöd. Gibt es eigentlich eine Karte? Toll! Jetzt kenne ich mich aus. Super. Schande, ich habe da keine Chance. Bobo, wir müssen weg. Bobo, das wird nichts. Ja, lock ihn zu uns, oder? Hast du eigentlich noch genug zum Essen, Bobi? Oh ja, hast du. Ich gebe dir aber trotzdem noch was. Da, nimm noch dies hier und dies hier und dies hier. Na? Bin ich nicht lieb? Ein Affe! Wir holen uns einen Affen. Äffchen, but, but, but. Wo bist du? Oh, oh, oh. Wo ist er? Äffchen. Dodo? Ja gut, aber ich will Äffchen. Ah! Ah, das ist Bobo. Okay. Okay. Wo ist das Äffchen? Wo ist das Äffchen? Wo ist das Äffchen? Schande, schade, ich hätte gern das Äffchen jetzt. Aber ich glaube sogar, das kannst du auf die Schulter setzen, oder? Wäre ja geil. Müssen wir rein da, in den Dschungel. Ey, will ja nicht rein. Was war das? Was war das? Was? Is das? ... Was? 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 Ich glaube, das ist ein Fehler, so weit da reingehen. Das geht nicht. Kommt Bobo eigentlich da hoch? Ich hoffe doch. Ich brauche ganz dringend einen Sattel für Bobo, damit ich auf ihn raten kann. Ich brauche ganz dringend einen Sattel. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Bobo! Hilf mir! Bobo! Oh Gott, da sind ja noch solche... Bobo greift mich an. Da sind ja noch solche Fliegenfinger-Dinger. Dein Bobo! Nein! Nein! Verdammte Libelle! Die haben Bobo gekillt! Nein! Bobo lebt noch! Aber Bobo will mich killen! Wow! Okay, Bobo wollte nicht mich killen! Oh Gott! Warum sollte er auch? Ich meine... Ich bin sein... Ding! Chef! Ich habe nicht viel Ahnung von dem Spiel, gebe ich zu. Sag nicht, du bist böse! Da hinten! Ich muss irgendwie diesen Flugsaurier bekommen. Bist du böse? Habe ich genug Lebensenergie? Naja, ich werde sterben gehen. Es geht dir doch gut, oder? Bobo, ich denke, ich kann, ich kann, ich kann. Ja, drück mich noch weg! Was ist denn los? Pass auf, wir müssen irgendwie versuchen, den Flugsaurier zu bekommen. Aber das ist hier, glaube ich, nicht möglich, wenn ich keine Pfeile habe oder so. Oder Steinschleuder. Steinschleuder brauche ich ganz dringend. Das heißt, ich muss leveln. Das bedeutet, ich muss töten. In den Arsch! Ich pick's dir in den Arsch, Schildi! Hey! Ich hoffe, Bobo überlebt das. Oh ja, gut gemacht, Bobi! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Nein! Ihr Schweine! Die haben Bobo getötet! Ach, komm! Schande, wie mache ich das jetzt? Ich kann nichts drücken! Es ist vorbei! Ich konnte nicht! Nein! Kacke! Ende! Super! Fuck! Die Schweine haben Bobi getötet! Okay! Es ist hier! Okay! Schande! Aus irgendeinem Grund kann ich nicht gehen! Ah, weil ich da unten das drückt habe! Ich honke! Mein Schlafsack ist jetzt auch weg! Mein ganzes Inventar ist weg! Alles ist weg! Ich bin nackt, wie Gott mich schuf! Nur weil diese Schweine vom Bobo gekillt haben, ich mich verdrückt habe! Alles für den Arsch! Okay! Es war ein bisschen Action! Ja super! Jetzt rennt da auch noch so einer herum! Ja komm her! Nein! Fuck! Ist gut! Ist gut! Ich bin tot! Ich verstehe schon! Ich bin tot! Ich wurde getötet! Ja! Es ist ziemlich, ziemlich schwer für einen Noob, wie ich jetzt bin! Gut! Ich bin hier in der Nähe! Das ist schon mal gut! Ich glaube, es ist sogar noch Flasch drin! Im Feuer! Ich hoffe doch, dass ich wenigstens Flasch habe! Aber ist noch immer da! Ist kacke! Lass mich kurz gucken! Wieso kann ich nicht gucken? Oh ja! Ich habe noch Flasch, etwas Holz und diese Holzkohle nehme ich auch mit! Das ist vollkommen cool! Ja gut! Passt schon! Keine Ahnung! Ich weiß nicht! Bobo ist tot! Ich habe mir echt viel Mühe gegeben mit Bobo! Was macht der jetzt hier? Oh ja! Kill ihn! Nein! Hahaha! Fuck! Oh hier! Es wird nichts! Oh ja, gut! Dodo! Ich habe so kurze Arme! Ich kriege ihn nicht! Dodo! Oh! Dodo ist tot! Okay! Schande ist das! Das ist echt blöd! Meine ganzen Sachen sind weg! Mein Bobo ist tot! Ja okay! Bobo war eh nicht der stärkste! Aber ich habe mir gedacht das geht vielleicht! Ich muss noch etwas leveln! Das ist ganz wichtig! Etwas leveln noch! Dann! Dann! Ach! Ich weiß nicht! Ich kenne mich nicht so gut aus in dem Spiel! Gebe ich zu! Ne! Wie man sieht! Es ist schade! Mein armer Bobo! Er war so cool! Das geht nicht! Okay! Ich brauche Stahne! Ganz dringend! Ein bisschen Holz glaube ich brauche ich auch noch! So! Okay! Jetzt schauen wir mal! Schauen wir mal! Was wir da so haben! Ich kriege eine Spitzhacke hin! Das finde ich cool! Einen Knüppel kriege ich hin! Eine Axt! Oh! Da brauche ich auch noch Feuersternen! Na gut! Warte! Das machen wir schon! Das ist cool! Das ist in Ordnung! Ich kann mir ja wieder einen Bobo holen! Das ist nicht das Problem! Die sind eh easy! Obwohl ehrlich gesagt! Ich will ja gar keinen Bobo mehr haben! Ich brauche den nicht! Was ich brauche ist ein Flugsaria! Oder so! Das wäre geil! So sehe ich das! Gut! Das kriege ich hin! Kriege ich eigentlich? Nein! Das kriege ich nicht hin! Warum nicht? Sowas fehlt! Wo ist es denn? Hier! Holz! Oh! Und Fasern! Gut! Da ist ein Flugsaria! Den hätte ich so gern! Ich glaube die fressen Fleisch oder? Den hätte ich echt gern! Aber ich denke wenn ich keinen Pfeil und Bogen habe oder keine Steinschleuder kriege ich den nicht! Ich denke so ist es ne? Ich meine ich könnte versuchen mit ein paar Speeren auf ihn zu schießen aber dann stirbt er ja! Lass mich schauen habe ich noch! Holz! Jede Menge Holz! Und Feuersteine noch! Und Fasern! Ich brauche noch enorm viel! Das... Was ist denn? Was ist denn? Okay! Gut! Und... Okay! Ähm, wie schon maß? Reicht das? Reicht das? Wo ist er hin? Hier! Ha! Das ging daneben. Hab dich erwischt! Fuck! Nimm ihn wieder! Oder geht das nicht? Einfach drüberlaufen? Einfach drüberlaufen, okay Jetzt hat er ab, siehst du? Das ist das Problem, darum, ich muss ihn irgendwie bewusst loskriegen Ja, du, glaube ich, bist zu hart für mich Du bist zu stark für mich, denke ich noch Das war nur Oh nein, 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 nein Jetzt hat er mich vergiftet Jetzt bin ich blind, ich sehe nichts Aber ich habe überlebt Wow, das ist ein Freund Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet Dass da noch ein Freund kommt Verdammte Kacke Schande Und schon wieder alles weg Super Finde ich nicht schlecht Ah Anscheinend spawn ich immer hier in der Gegend Kann das sein? Kann doch möglich sein Ja, aber Leute, ich hätte gesagt, das war es fürs erste Mal Ähm Ich bin noch lange nicht so weit Ich werde vielleicht so ein bisschen zocken Damit ich mal Was aufbah Oder so Denn so bringt das alles gar nichts, finde ich Es ist einfach zu schwierig für mich So sehe ich das So sehe ich das Ja Dodo Ich gehe mal noch schnell Dodo killen Damit ich ein bisschen Fleisch rauskriege So, perfekt Okay, Leute Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen Macht's das gut Haut rein Und immer brav sein Tschüssi Tschüssi Tschüssi